um ich schließe mal den Kofferraum auf dem anderen Server hab ich einfach mal 1,5 Millionen und hier hab ich grad mal 1.000 läuft bei mir du hast jetzt 1.000 dann schreib das hab ich schon er hat aber zu wenig und erst sofort, ähm, ihm 60 Dollar zu geben nein, 46, 76 haha, oh man so richtig synchron, Alter das muss ich mir jetzt aufschreiben, Alter, so viel Befehle oder man merkt sie sich einfach, Juli steigen sie ein was, steigen sie ein ok ja, ich hab 1.200 Dollar ja, ich hab 1.200 Dollar ja, wie machst du das so schnell ähm, Tee maus, äh, falls du sie nach oben ähm, weg und dann ne Zahl hinschreiben ja, schon klar mach ich auch, aber jol, wie schnell du das einfach machst ja gillern, ne gib Gas, Digga ich hab heute noch ankommen lol, die fährt jetzt mit mir warte warte ich frage mal, wie schnell darf man im Ort fahren ich fahre jetzt ein wenig durch die Stadt und dann übernehmen sie oh will die das wirklich, dass ich übernehme ja Gott sei Dank gibt's kein Blinker oder sowas haha 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 noo, ich lädt rein oh, ich lädt rein du überschreibst mich so ein Kronen einen Moment bitte äh, man darf 80 fahren, aber die fährt 90 äh, 100 kann mich nicht hin, Alter haha 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 du bist echt lol versuch mal mich zu schlagen, Alter Alter, bist du schlecht oh, du hast mir einen Hit gegeben lass das Auto wieder wegschieben äh, wegschieben komm mit na, mal hilf mir los oh, er kommt zurück haha 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 sag schau mal haha was geht mit dem Schi Alter ich weiß nicht, ob ihr den Chat sieht nein also es sind in der Stadt 80 erlaubt aber man darf auch schneller fahren haha haha geil, Alter ich glaub, hier gibt's keine so ne extreme Polizei nee glaub ich eher nicht ich glaub, hier gibt's nicht mal Blitze, Alter doch echt jetzt? wie viel Zeit habt ihr bekommen? ich hab 6.066 was? hä, wie? wie viel Payday? Zeit habt weiß ich nicht fand doch da grad warte im Wagen bist du aufgefordert musst auszusteigen ich hab mal komm mal her warte, warte warte wie viel Geld habt ihr? wer will... ich? ha ich mach zuerst Prüfungen, wenn ich were wie viel geld habt ihr ja gleich 1040 1200 an der warte bitte kurz fünf minuten hier jetzt fährt er weg was mit es lässt zeige schein kannst du polizisten und auch zivilisten deine scheine zeigen und mit zeige ausweist einen personal ausweist ach du scheiße zeige schein und zeige ausweis autosteuern wie einfach mal die polizei ja ein bisschen spät vielleicht was denn ich wurde vom server gekickt warum der schreibt es zu spät der schreibt eigentlich dass ich links abbiegen soll wenn ich schon an der straße vorbei bin was wenn denn wie ich fühle mich gern war einfach drehen und geradeaus weiter dem ab dem ab dem ab dem ab dem ab im ort darf man 100 km fahren und außerdem im außerort davon 130 nicht gut anrufen was ließ man ihn Juli man darf in der Stadt 100 waren außerhalb der Stadt 130 und auf der Autobahn ist es egal ok ab 20 uhr ist Lichtpflicht wie Vollgas oh scheiße was ist ich hab die Laterne mitgenommen mitgenommen er hat sich wiederholt scheiße der Typ wiederholt sich scheiße gebe es um die zahl der slash zahltag jawohl was was schlecht zahltag äh jetzt fahre frei in der Stadt herum um ok die 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 sind die